Oka Oni Oni startet mit seiner neuen Fly-Kollektion durch und bringt mit den drei Modellen Karwo, Mack und Elevon seine bisher revolutionärsten Schuhe auf den Running-Markt. Der vielseitige Karwo ist mit seinem auffälligen und zugleich schlichten Look wie gemacht für Läufer, die nicht nur laufen. Sein Obermaterial ist sehr luftdurchlässig und erzeugt einen hohen Klimakomfort. Sein Einstieg ist gut ausgepolstert und schmiegt sich angenehm um die Knöchel. Der Vorfußbereich bietet viel Platz und ist somit auch für Läufer mit breiten Füßen geeignet. Der Karwo ist etwas niedriger und leichter als die übrigen Modelle seiner Kategorie und verfügt über die hochgelobte intelligente ProFly-Dämpfung. Sie ist für eine gute Auffalldämpfung im Fersenbereich etwas weicher und im Vorderfuß für einen guten Vortrieb und eine bessere Energierückgabe etwas fester. Seine Außensohle garantiert zusätzliche Reaktionsfähigkeit und durch die Verstärkung unter der Ferse und dem Vorfuß eine lange Haltbarkeit. Der von mir getestete Schuh bringt in Größe 44 gerade einmal 245 Gramm auf die Waage. Damit hebt Hoka einen Schuh mit dieser Performance auf ein neues Level. Auf der Straße wie auch auf der Tartanbahn fühlt sich der Karwo nicht so weich kann wie die meisten anderen Hoka Modelle. Als Leichtgewicht mit ausreichend Komfort und viel Dynamik würde ich ihn eher für zügige Einheiten und Tempoläufe nutzen, denn da macht er einen richtig guten Job. Der Hoka Oni Oni Carwo hat mich wirklich begeistert, vor allem dann, wenn er gefordert wird. Ein weiterer Vorteil ist seine Vielseitigkeit. Er ist einfach zu schade, um nur damit zu laufen. Bist du auf der Suche nach einem absoluten Alleskönner oder einen perfekten Begleiter für jeden Tag? Dann findest du ihn in unserer Filialen oder hier unter runnerspoint.com